Willkommen bei Du bist Autor. Es empfiehlt sich die Staffel von vorne zu beginnen. Klickt dazu hier, um zur kompletten Playlist zu gelangen. Viel Spaß! Es hat schon tagelang dein Handy nicht mehr geklingelt. Tja, der Countdown scheint aufgehört zu haben. Hm, was machen wir denn jetzt? Es stinkt hier irgendwie. Will ich das? Hey, Achi. Hey, Achi. Hey, Achi. Hey Hatschi, warst du jetzt eigentlich für immer ein Hund? Ich bin mir sicher, dass meine Leute schon dabei sind, das Knusperbrot und mich zurückzuteleportieren. Uuuuhhhhhh. Laba, laba, süß, süß, mh. Laba, laba, süß, süß. Laba, laba... Was war das? Oh mein Gott. Hä? Es ist zu dunkel. Siehst du was? Ich seh nix. Siehst du was? Ich seh nix. Leute? Laba, laba, süß, süß, mh. Stefan? Ah, Michel, du bist es. Wo bist du? Keine Ahnung. Ich steh in einem weißen Raum. Und du? Irgendwo draußen, du, Michel, hier sind nirgendwo Menschen. Hier auch nicht. Nur eine Tür. Ich glaub, wir sind immer noch in einer WG, nur steht das jetzt für weit getrennt. Nun seid ihr gefragt, wie soll es weitergehen? Wenn ihr hier die nächste Folge sehen könnt, wurde die Entscheidung bereits gefällt. Wenn nicht, schreibt uns eine mögliche Fortsetzung in die Kommentare. Die Idee, die die meisten Likes bekommt, wird verfilmt. Ich werde es mit dem Während themil sind. Und wir sehen uns. Ich bin tief. Ei kann morgens liever. Onn ist vielleicht nicht! Ich werde es mit demthers Besten und Joer für mich legeben für leben. Bin ich denn mit der Rohe Phillerакons dieМتisch alle zusammen bist? Gegenüber driftetieren wir uns况 하 rare. Chi ook nicht! ty D 對